Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch, zurück mit dem Let's Play von Okujo no Yuridei-san in einer neuen Aufnahme, endlich nach den vielen, vielen Folgen, die wir jetzt schon hatten und wir sind immer noch im Juli, obwohl es jetzt, wo diese Folge hier rauskommt, wir schon den 4. August haben ich nehme das jetzt einen Tag vorher auf, weil ich jetzt am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag naja, mal wieder einiges los sein wird, wahrscheinlich in Nagoya und Suzuka unterwegs sein werde deswegen brauche ich ein bisschen was fürs Wochenende und ich werde es auch erstmal, bis wir wieder einigermaßen jahreszeittechnisch in den August aufgeholt haben es erst auch mal bei nur, ja, Kindred Spirits on the Roof mit täglichen Folgen belassen die Zeit, die ich für ein anderes LP genutzt hätte, wurde stattdessen auch heute, bevor ich jetzt diese Aufnahme hier gemacht habe da habe ich 5 Stunden lang endlich mal die ganzen Anime Japan Sachen geschnitten in 2 Videos für die 2 Tage und die kommen jetzt auch am Wochenende, also wenn diese Folge hier rauskommt, am morgigen Samstag und am morgigen Sonntag werde ich sie, denke ich mal, hochladen den Samstag und Sonntag und dann im Laufe der nächsten Woche, denke ich, auch mal Uncut-Videos die dann allerdings noch ein bisschen länger zu rendern brauchen werde wo ich ein bisschen Angst mit Content-ID ansprechen haben werde mit den ganzen Sachen, die eben auf der Anime Japan zu sehen oder im Hintergrund immer zu hören gewesen sind mit Musik aber na gut, das ist alles Off-Topic wir sind hier immer noch im Juli, nachdem wir jetzt ganz, ganz, ganz viele der Nebenstories oder die anderen Sichtwinkel, Blickwinkel von den Nebencharakteren oder von den Juli-Pärchen hier mitbekommen haben zuletzt war es, ja, Sono-Sensei gewesen die ein bisschen über ihre erste Liebeserfahrung lamentiert hat als sie selbst auch Schülerin war und von ihrer besten Freundin die Liebe gestanden bekommen hat und seitdem nicht so wirklich weiß, wie, ja, was Liebe ist und wie sie damit umgehen soll und auch gegenüber Zodugumine-San, was das für ein Gefühl ist, was sie empfindet aber wir haben hier noch ein paar Sachen im Juli ja, es geht direkt mit Sono-Sensei weiter dann schauen wir mal, wie es, äh, nach, ja, ihrem etwas melancholischen Stimmung die sie hier hatte, nachdem Stufe 2 oder Phase 2 von Operation Sparkling Sunshine hier im Tatani-Zimmer, ja, von selbst erfolgreich gelaufen ist ja, wie es denn bei ihr weitergeht nach der What is Love, ja, Fragestellung der letzten Folge das dürfte der Clubraum von dem Mathe-Club sein mich mal an, ne? na gut ja, es besteht gerade eine sehr auffallend, ähm, ja, befreit wirkende nahezu luftige, äh, luftige Luft die durch die Schule hindurchströmt nachdem die Prüfungen kürzlich, ähm, zu Ende gegangen sind das bedeutet natürlich ach ja, ich sollte auch ein bisschen die Stimme von Sono-Sensei an der Stelle machen das bedeutet natürlich für uns Lehrer dass wir diese Prüfungen dann kontrollieren müssen wir können uns nicht so wirklich entspannt aber, ähm, es ist ziemlich schwer sich nicht ein bisschen anstecken zu lassen von der Stimmung der Schüler und genauso wirkte es auch im Mathe-Club-Raum Zulugemini-San las ein Buch nachdem sie mit ihren Prüfungen fertig war ähm, achso, sie hat mir den Titel genannt von dem Buch aber es war irgendein Wissenschaftsbuch welches ich nicht so wirklich kapieren konnte ich konnte nicht so wirklich ja, Prüfungen oder Klassenarbeiten oder was auch immer kontrollieren während Zulugemini-San hier im selben Raum sich aufhielt deswegen machte ich einige Vorbereitungen für die Arbeit die ich über die Sommerferien zu tun hätte ich schätze mal die Prüfung werde ich dann heute Nacht kontrollieren naja, ich muss sie nur vor morgen fertig kriegen ähm, und die Mädchen die durchgefallen sind dann in die Remedial-List packen also in die Wiederholungsliste oder dass sie äh, ich schau mal ganz kurz Remedial-List was das so sein könnte Remedial äh, dutdut Abhilfe Remedial-Grupp Gymnastics Krankengymnastik Wiederherstellung hm, ich schätze mal das ist dann sowas wie mit für Nachhilfe oder Nachschreibeprüfung oder keine Ahnung was die, die dann eben die Sommerklassen ja, teilnehmen müssen und so weiter die dann in eine extra Liste einzutragen ach so, es war ja Redeemal-List steht hier mit List in der, in der Liste von dem Vokabeln leider nicht nein ja, es ist ein bisschen traurig ähm, wenn man den Zusatzunterricht ich nenne ihn einfach mal so während der Sommerferien nehmen muss ich hoffe, dass alle oder belegen muss ich hoffe mal, dass alle fleißig gelernt haben naja, jetzt ist es allerdings zu spät um was an den Resultaten zu enden natürlich ich weiß jetzt nicht ob das ein so verstopftes Lachen oder sowas sein soll ja, es ist ein habe ich gerade verstopftes also ein wie nennt man das ein zurückgehaltenes Lachen Zilluguminesans ähm, leicht zurückgehaltenes Gelächter ihr Buch sah eigentlich nach sehr ernsthafter Wissenschaft aus was also daran war so lustig vielleicht war das irgendwie die Art von Humor die nur ein Wissenschaftstyp wie Zilluguminesan verstehen kann Zilluguminesan saß ein bisschen tiefer in ihrem Stuhl weil, ja, somit wahrscheinlich im Schneidersitz das waren eigentlich ziemlich schlechte Manieren aber mit ihrer äh, Körpergröße sorgte das dafür dass sie ziemlich cool aussah Sparklingsanschein Phase 3 immer wieder total ungeplant nein, sie nicht cool sie sieht sogar ziemlich hübsch aus oh, verdammt woran denke ich denn jetzt hier gerade wieder ich bemerkte wie sich mein Blick Zilluguminesan zugewandt hat bevor ich überhaupt mir gewahr werden konnte wieder einmal war ich von ihr eingefangen Zilluguminesan ist mir wirklich sehr häufig in den Gedanken in letzter Zeit in letzter Zeit sieht sie einfach so so hübsch für mich aus aber warum ist sie plötzlich einfach sehr viel hübscher geworden wieso oder bin nur ich des iches die einfach denkt dass sie wunderschön ist Tsukuyo-chan ha ähm ja da war ich jetzt aber überrascht plötzlich hat sie einfach meinen Namen gesagt und schaute mich direkt an wieso antwortest du mit ja ich meine du warst gerade vollkommen mit dem Gedanken woanders Tsukuyo-chan ha war ich das ja und du hast doch überhaupt keine Arbeit erledigt stimmt denn irgendetwas nicht ha nein nein alles in Ordnung wirklich ja ja ich kann ihr ja schlecht sagen dass ich ein bisschen den Gedanken verloren war weil ich sie angestarrt hatte naja mal ernsthaft was ist los mit mir in letzter Zeit hm hey Tsukuyo-chan Tsurugumine-san bitte nämlich Sensei äh ja 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 aber Tsukuyo-chan vielleicht hast du in letzter Zeit dich ein bisschen zu sehr überarbeitet hä nein das denke ich eigentlich nicht aber in letzter Zeit hingst du sehr häufig mit dem Kopf irgendwo in den Wolken also hör mal willst du nicht eine kleine Pause machen um auf andere Gedanken zu kommen hm komm schon ist doch in Ordnung oder etwa nicht nur für eine kleine Weile okay ähm alles klar ach ja stimmt ähm war das an dem Tag gewesen dass Yuna Tsurugumine-san vorgeschlagen hatte ähm dass die beiden aufs Dach gehen nach der Schule wenn wahrscheinlich sich da kaum Schüler aufhalten und so weiter und so fort was war ich glaube es war wegen dem Geburtstag gewesen irgendwie Sono-Sensei hatte am Wochenende vor der Prüfung oder so Geburtstag gehabt und da war es schlecht dann vor den Prüfungen geschenkt zu überreichen und jetzt will das Tsurugumine-san hier auf dem Dach an einem etwas romantischeren Ort oder mit schönem Blick und so weiter machen das hat ihr Yuna mehr oder weniger empfohlen gehabt in einem Gespräch was ihr in der Hauptstory wenn man so hat oder aus Yunas Blickwinkel hatten stimmt habe ich total vergessen Tsurugumine-san hat mich aufs Dach eingeladen das Wetter war großartig der Sommerhimmel war so ja war wirklich wunderschön ein klares Blau obwohl das Sonnenlicht schon ein bisschen stark hier oben war es war sonst niemand anderes auf dem Dach naja das macht denke ich mal Sinn alle wollten wahrscheinlich schnell nach Hause und sich ausruhen nachdem die Prüfungen vorbei waren ich atmete einmal tief ein mein Gesicht fühlte sich ein bisschen gewärmt unter dem Sonnenlicht an ich atmete ein und dann wieder raus und dann wehte ein kleiner Wind was sich sehr schön anfühlte ich war ja die einzige Person hier auf dem Dach deswegen musste ich mir keine Gedanken darüber machen wie es peinlich wäre wenn ich meine Arme ein bisschen strecke und tief einatme nicht wahr Ziduguminesan die mich hierher eingeladen hatte meinte sie müsste ganz kurz in ihrem Klassenzimmer etwas holen gehen bevor sie hier nachkäme ich glaube ja nicht dass ich mich selbst überarbeite ich hoffte dass ich Ziduguminesan nicht unnötig Sorgen bereitete es wäre schon ein bisschen erwärmlich als eine Erzieherin oder eine Lehrerin dass eine Schülerin sich über mich oder über mir solche Sorgen macht über mich über mir sich Sorgen über jemanden machen sich über mich mich Sorgen macht ja mich nicht mir aber auf andere Gedanken zu kommen oder mal was anderes zu tun war vielleicht eine ganz gute Idee dachte ich das Dach unter diesem blauen Himmel über die Berge hinaus in die Distanz zu schauen das fühlte sich wirklich erfrischend an ich darf nicht weiterhin mich in Gedanken verlieren wie ich und dann Ziduguminesan anstarren wie hübsch sie war das durfte nicht als Ausrede gelten was war es noch was ich ihr nicht erst vor einem Monat gesagt hatte ich habe ihr etwas sehr arrogantes gesagt deswegen wäre es jetzt sehr egoistisch von mir wenn ich mich plötzlich von ihr einfangen lasse ja ich muss auf andere Gedanken kommen ihre Stimme schallte herüber vom Eingang zum Dach und als ich umdrehte sah ich wie Ziduguminesan auf mich zulief und sie hatte eine kleine Tasche in ihrer Hand ja das Sparkling Sunshine hört gar nicht mehr auf und sie strahlte wieder im Sonnenlicht oh oh nein nicht schon wieder ich konnte einfach meine Augen nicht von ihr wegnehmen lag es daran dass das Sonnenlicht zu stark war sie ähm sie hätte eigentlich zu hell sein müssen um sie anzuschauen also wahrscheinlich eher das Sonnenlicht aber ähm was Zidugumine hm mhm oh irgendwie dass jetzt Zidugumine Kili das sagt ist ein bisschen komisch es tut mir leid aber hä was ist los ach so wahrscheinlich will sie gerade anfangen zu sagen ähm Zidugumine also Entschuldigung aber ich möchte dir das geben und so weiter bis sie dann wahrscheinlich wieder den Blick bemerkt bei auf Sonos Senseis Gesicht ähm tut mir leid aber hä was ist denn los hä nein nein ist nichts wirklich ja ähm was hat's denn mit dieser Tascheaufsicht oder mit dem Beutel ah das ähm naja das kommt als nächstes zunächst einmal das hier hä was ist das ähm Ähm, ich brauche deine Unterschrift auf dem hier, Zgüochan. Hä? Das ist eine Anmeldung für das Sommercamp? Ja, ist ein bisschen auf den letzten Drücker, aber es ist ja doch noch nicht zu spät, um sich dafür einzutragen oder sowas, oder? Äh, ja. Das Sommercamp, welches wir während der Sommerferien an dieser Schule abhalten. Man kann daran teilnehmen an einem Event, was eine Woche lang geht, ähm, selbst wenn man keinen Club hat und solange man sich im Vorfeld dafür anmeldet. Natürlich würde Zillige Minessan als Teil des Mathe-Clubs daran teilnehmen. Ähm, zumindest war es das, was die Begründung war, die auf der Anmeldung geschrieben war, als ich sie öffnete. Zillige Minessan, es macht mir nichts aus, wenn der Mathe-Club teilnimmt, aber, naja, was wirst du während des Sommercamps dann hier machen? Denn, ich meine ja, der Mathe-Club hat jetzt nicht wirklich irgendwelche Club-Aktivitäten. Das schmerzt zwar schon ein bisschen, es zu sagen, aber dadurch, dass der Club nur aus einem einzigen Mitglied und der Betreuerin besteht, können wir im Prinzip machen, was auch immer wir wollen. Wir nehmen auch nicht an irgendwelchen Wettbewerben oder so etwas teil. Gibt es denn irgendetwas zu tun während des Camps? Ähm, naja, du weißt schon, du wirst ja die Lehrerin sein, die, ähm, being in charge, ähm, die, die, äh, die sich drum kümmern muss, being in charge. Ich guck nach. Ähm, du, 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 die Führerin, nein, ich will eben nicht Führerin sein, Führerin sagen. Du bist doch die Führerin des Sommercamps, nicht wahr, Skullchan? Ähm, ja. Und, ähm, du bist ja auch, äh, Leitung, Leitung, Leitung ist gut. Und du bist ja auch, ähm, in der Leitung für das Planungskomitee wegen des Schulfestivals, nicht wahr? Äh, ja. Naja, da dachte ich, dass du wahrscheinlich eine Menge Arbeit während des Sommercamps hättest und deswegen wollte ich dir helfen, Skullchan. Hä? Ich meine, letztes Jahr war es ja auch wirklich ziemlich verrückt gewesen, nicht wahr? Selbst nachdem die Pause vorbei war. Ich meine, bei dir ist immer wieder Fieber ausgebrochen. Und deswegen möchte ich helfen, um es dir ein bisschen leichter zu machen. So, damit es nicht wieder passiert. Wenn der Mathe-Club dran teilnimmt, dann können wir auch das Clubzimmer benutzen, nicht wahr? Das wäre doch ziemlich praktisch, denkst du nicht auch? Ähm, also, geht das in Ordnung? Naja, aber, äh, ich meine, es macht mir nichts aus, wenn der Mathe-Club, ähm, beim Camp teilnimmt, aber... Ich kann nicht zulassen, dass du mir hilfst. Aber das ist doch okay, oder etwa nicht? Ich will dir helfen, Skullchan. Ich werde dir auch nicht auf den Nerv gehen oder irgendwie sowas. Also bitte. Dann ist es, denke ich mal, in Ordnung. Aber übertreib's nicht, okay? Das ist etwas, was ich sagen sollte, Skullchan. Jetzt komm schon, ich bin hier die Lehrerin. Schüler sollten sich nicht über solche Gedanken Sorgen machen. Über solche Sachen Sorgen machen. Sagte ich zwar, aber... Oh Mann, was sollte ich tun? Ich war... Erfreut. Erfreut. Bezüglich Zyguministans-Gefühlen. Ich gucke wegen Delight und Sicherheitshalber trotzdem nochmal nach. Aber ich glaube, in dem Fall kann man erfreut sagen, so... Ja, erfreut, begeistert, hocherfreut sogar. Ui. Ich sollte eigentlich peinlich berührt sein oder beschämt sein. Ich sage immer so peinlich berührt von Baris, aber beschämt ist eigentlich auch so ein schönes deutsches Wort. Ich muss mal wieder, jetzt wo es anderthalb Monate ist, bevor ich zurück nach Deutschland komme, mich ein bisschen der deutschen Sprache bemächtigen. Vor allem, wenn ich irgendwann mal ins Deutsche übersetzen will. Dann kann es nicht sein, dass immer der Wortschatz hier nicht zur Verfügung ist. Auch wenn es natürlich sehr, sehr schwierig ist, on the fly, hier in einem Let's Play und so weiter zu übersetzen. Aber das darf auch nicht als Ausrede dienen. Genauso wie es eben auch nicht als Ausrede dienen kann, was Sono-Sensei hier, ja, sich so als Ausreden einredet. Ausreden einredet. Warum sie mit Zyguminis dann nichts weiter eben in der Schüler-Lehrer-Beziehung anfangen will und so weiter und so fort. Aber naja. Ich sollte beschämt sein, als Lehrerin so etwas von einer Schülerin zu hören, aber... Und... Naja. Dann habe ich noch das hier. Bitte. Dieses Mal die... Den Beutel, den sie mitgebracht hat. Das Logo darauf schien von einem Shop in der Nähe der Station zu kommen. Hm? Was ist das denn? Ein Geburtstagsgeschenk. Ein bisschen spät dran, leider. Also nur nachträglich. Oh! Willst du es öffnen? Oh, okay. Im Beutel befand sich eine kleine Box. Ähm... Achso, ich musste ein bisschen kämpfen, um das Verpackungspapier davon abzukriegen. Aber was sich darin befand... Oh, Schuhe? Ja, du kannst sie auch in der Schule benutzen. Sie passen zu der Farbe von diesem... Oh Gott. Toadbag. Wie heißen die? Wie diese aus den ganz bestimmten Fasern gemachten... Ähm... Stoffbeutel. Genau. Die sind meistens so aus Stoff... Stoffeinkaufstaschen, Tragetaschen und so weiter. Die passen zu der Farbe von deiner Stofftragetasche, die du immer benutzt. Hm... Das tun sie zwar, aber... Oh Mann. Ich kann doch kein Geschenk von einer Schülerin akzeptieren. Ach, jetzt sei doch nicht so streng deswegen. Es ist nur ein Geburtstagsgeschenk. Du hast doch auch das genommen, was ich dir letztes Jahr gegeben habe, nicht wahr? Ja, schon, aber... Ja. Letztes Jahr hat sie mir auch ein Geschenk gegeben. Es war unmittelbar vor den Prüfungen. Deswegen erinnere ich mich daran, dass ich ihr dafür eine kleine Pauke geschlagen habe. Ne, wie sagt man? Eine Pau... Auf die... Wenn man es mit Pauke gibt, ist es doch auch, um jemanden zurechtzuweisen. Also zurechtweisen. Das ist auch wieder ein gutes Wort. Flo entdeckt Deutsch wieder in diesem Let's Play. Ähm, deswegen habe ich sie im Gegenzug damals zurechtgewiesen. Aber... Naja, es war eben doch das erste Mal, dass ich ein Geschenk von einer Schülerin erhielt. Da konnte ich nicht anders, als auch ein bisschen aufgeregt zu sein. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du sie benutzen würdest. Ja, ich werde gut auf sie aufpassen. Es sind aber, ähm, Schuhe für, für, für Gebäude Innere. Also für das Gebäude Innere. Deswegen denke ich mal, dass sie sich ziemlich schnell abnutzen. Oh nein, das werden sie bestimmt nicht. Ich werde vorsichtig mit ihnen umgehen. Okay, vielen Dank. Ich bin auch diejenige, die Danke sagen sollte. Dann, gern geschehen. Ach, was soll ich nur tun? Ich bin auch viel glücklicher, oder fühle mich viel glücklicher als letztes Jahr. Aber ich kann ihr nicht mal ins Gesicht schauen, ihr lächelndes Gesicht. Ich bin mir sicher, ich würde wieder von ihr umgeworfen werden. Also, oder eingefangen, wenn ich das täte. Und dann wäre ich nicht mehr in der Lage, noch länger zu lügen. Was, was, was soll ich nur tun? Ah, und... Noch eine Sache. I-ja? W-was? Noch mehr? Ich glaube nicht, dass ich noch mehr ertragen kann. Ich kann es nicht, aber... Es gibt noch eine weitere Sache, von der ich will, dass du sie hörst, Tsukyo-chan. Äh, w-was ist das? Die Sache ist, ich... Ja? Seit unserem Gespräch habe ich darüber nachgedacht. Seit dem Gespräch? Ja, dem Gespräch, wo ich dir gesagt habe, dass ich dich liebe, Tsukyo-chan. Mein Herz schlug ganz heftig. Das laute Geräusch, welches es tat, schien durch meinen ganzen Körper hindurch zu vibrieren. Du... Du hattest gesagt, das wäre alles nur ein kleines Missverständnis, Tsukyo-chan. Und ich habe seitdem immer und immer und immer wieder darüber nachgedacht, aber... Ich komme einfach nicht zum selben Schluss. Ich glaube nicht, dass es ein Missverständnis ist, diese Gefühle, die ich für dich hege, Tsukyo-chan. Ich denke, dass ich dich wirklich liebe, Tsukyo-chan. Ich bin wirklich in dich verliebt. Ich konnte nicht weiter den Blick gesenkt lassen, weg von ihr. Ich hob meinen Kopf an und schaute Tsukyo-chan an und fand, wie ihre Augen direkt in die Meinen zurückstarrten. Deswegen... Möchte ich eine Antwort, Tsukyo-chan. Ich... Ich habe dich wirklich ganz, ganz doll lieb. Es ist kein Missverständnis. Deswegen, so etwas will ich nicht nochmal hören. Ich will einfach nur ein Ja oder ein Nein. Und wenn du mich nicht auf jener Art und Weise sehen kannst, dann will ich, dass du mir ein Nein gibst. Und dann weiß ich tatsächlich, dass mir... Dass ich abgewiesen wurde, dass mir ein Korb gegeben wurde. Dann kann ich versuchen, darüber hinwegzukommen. Zulukomine-san. Meine Brust tat weh. Ich fühlte einen schmerzenden, stechenden, ein stechenden Schmerz, jedes Mal, wenn mein Herz schlug. Und ich wusste, warum es schmerzte. Ich verstand es. Ich... Hab dasselbe Zulukomines angetan. Dieselbe Sache, die damals mir angetan worden ist. Genauso, wie es mir gesagt wurde, weil ich ein Erwachsene bin. Deswegen habe ich ihr gesagt, dass ihre Gefühle ein Missverständnis seien. Naja, auch als ich, obwohl ich zum selben Zeitpunkt noch nicht vergessen hatte, wie es ist, so etwas gesagt zu bekommen. Auch wenn ich wusste, wie sehr es mich schockiert hatte, habe ich ihr dennoch dieselben Worte, wie ich einstmals bekommen habe. Diesmal habe ich sie ihr ausgesprochen. Und dennoch. Zulukominesan hat seitdem über ihre Gefühle nachgedacht. Hat darüber nachgedacht, sie aus anderen Blickwinkeln betrachtet und ist zu dem Schluss gekommen, dass sie sich nicht verändert haben. Im Gegensatz zu mir, die einfach nur im Bett verloren und verwirrt damals gelegen hatte. Bitte, Kyochan, gib mir einfach eine Antwort. Sie schaute mich direkt an, aber ich konnte die Unsicherheit in ihrer Stimme hören. Ich bin mir sicher, dass Zulukominesan erwartete, dass ich Nein sagen würde. Es wäre das Normalste der Welt, das zu denken. Und dennoch fragte sie mich. Sie dachte immer und immer wieder über ihre Gefühle nach und meinte zu mir, dass sie sich nicht verändert hätten. Und deswegen wartete sie auf meine Antwort. Sie ist so ein mutiges Mädchen. Was soll ich tun? Wie soll ich ihr antworten? Also, wie soll ich das ausdrücken, während sie mich so anschaut, auf meine Antwort wartend? Meine Antwort, das ist ja wohl offensichtlich. Ich meine, sie ist ein unglaubliches Mädchen. Mutig genug, über das hinwegzukommen, was ich nicht konnte. Und sie ist immer schöner und hübscher geworden. Wie könnte ich mich nicht in sie verlieben? Ich möchte dieses Mädchen lieben. Ich will ihren Mut aufrechterhalten. Ja. Ja. Ich liebe dich auch, Tsurugumine-san. Ich glaube es nicht. Ja. Ich liebe dich auch, Tsurugumine-san. Ich habe es gesagt. Wirklich? Skruchan? Wirklich? Ich weiß, was ich an jedem Tag gesagt habe, aber... Jetzt liebe ich dich. Ich liebe sie. Ich habe mich in sie verliebt. Äh, was? W-w-w-w-w-w-w? Wie, wie? Na, ich glaube es nicht. Ich fange vielleicht an zu weinen. Hä? Ne, ne, ne. Hä? Warum siehst du so aus, als würdest du weinen wollen, Skruchan? Ich bin mir sicher, Tränen wären von meinem Gesicht herabgefallen, wenn ich sie nicht zurückgehalten hätte. Ich war glücklich. Ich war glücklich, aber ich hatte einen anderen Grund, warum ich weinte. Ich... Aber ich bin eine Lehrerin. Wie? Es darf nicht sein, dass ich mich in eine meiner Schülerinnen verliebe. Warum? Wie, wie, wie konnte das geschehen? Ich war glücklich, jemanden gefunden zu haben, den ich liebe. Ich war glücklich, dass ich in der Lage war, mich in Tsurugumine-san zu verlieben. Ich war glücklich zu hören, dass sie mich liebt, aber... Warum musst du eine Schülerin sein? Hä? Jetzt warte mal, das ist aber ein bisschen fies. Ich meine, ja, ich weiß, ich bin auch eine Schülerin und ich verdiene auch kein Geld oder irgendwie sowas. Aber ich schwöre, ich werde dafür sorgen, dass du glücklich bist, Skruchan. Ich liebe dich mit all meiner Kraft. Ich bin ja glücklich, das zu hören, aber... Ich werde auch niemals eine Affäre haben, dich hintergehen oder so. Es wird einfach nur Skruchan for Life sein für mich. Weil ich bin die Art von Mensch, die ihre Freundin oder den Liebhaber dann zur höchsten Priorität aufrichtet und... Darum geht's doch nicht. Lehrer und Schülerinnen können nicht zusammen sein. Warum musste ich mich in dich verlieben, Tsurugumine-san? Nenn mich Kiri, Skruchan! So kann ich dich nicht nennen! Bitte tu es! Tu es einfach! Es ist vorbei. Ich habe keine andere Wahl, als es zu akzeptieren. Ich liebe dieses Mädchen. Aber... Nur wenn wir zwei alleine sind, okay? Ich liebe Kiri. Okay. Ich liebe dich, Skruchan. Vor anderen Leuten nennst du mich aber Sensei, okay? Ich versuch's. Ich liebe dich, mein Liebling Kiri, welcher an diesem sonnigen Sommertag zu mir gekommen ist, auf dieses sonnige Dach. Naja, das wird noch nicht Happy End sein für die beiden. Denn jetzt gehen erst die ganzen Probleme los. Für die beiden ist es eigentlich ein viel größeres Versteck- und Geheimspiel als für unsere Kapitäninnen und Vizekapitänen vom Laufklub, die ihre Beziehung ja auch gegenüber allen anderen geheim halten und ihre Regeln aufgestellt haben und so weiter. Ich meine, wenn die irgendwann mal erwischt werden, mein Gott, was soll das großartig ändern bei all den anderen Juli-Pärchen, die sich hier nach und nach formieren an der Schule. Aber, wie schon vor einigen Wochen auch diskutiert oder vor einigen, nicht Wochen, vor einigen Folgen. Ja, es ist eben mit der Lehrer-Schülerin-Beziehung eine ganz andere schwierige Kiste. Das wird problematischer. Gespeichert.